Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Sonnabend, ein schönes Wochenende oder einen schönen Samstag, wie immer ihr das ausdrücken möchtet. Ja, in den Alpen gibt es nach dem ersten Problembären, wir wissen gar nicht mehr, wie der hieß, Willi, Billy, Otto, irgendwie sowas. Vor ein paar Jahren gibt es einen neuen Problembären. Ja, und unser Fazit ist, wenn Bären das tun, was sie tun müssen, von Natur aus sich nämlich Nahrung suchen, dann werden sie zum Problembär und werden abgeschossen. Wichtig ist, dass wir überhaupt Bären in den Alpen haben. Tja, vor 60 Jahren etwa hat man nach Leben auf dem Mond gesucht und ist dort angeblich mit Blechdosen auch gelandet. Heutzutage ist das etwas schwieriger. Die Leute, ja, wisse ich nicht, ob die noch nicht mehr so recht daran glauben, wie auch immer, nachdem doch das Leben auf dem Mars wohl nicht existiert. Man will ja da auch hin, aber das kann man den Leuten wohl auch nicht mehr lange verklickern. Nun fliegt man halt zum Jupiter, das dauert dann wieder etwas länger, man kann den Leuten wieder Geld aus der Tasche ziehen. Wenn auch da kein Leben gefunden wird, dann schicken wir halt eine Sonde oder ein Raumschiff zum Andromeda-Nebel. Dort wird es bestimmt Leben geben. Die Reise dauert dann, ja, einige tausend Jahre vielleicht oder einige hundert Jahre. Ich weiß nicht, wie schnell man dann ist, aber man kann dann, wenn die Sonde, die Rakete verschollen geht, eine neue schicken, eine Aufklärungsmission und dann noch eine Aufklärungsmission. Irgendwie geht die Raumfahrt halt immer weiter. Irgendwo wird es schon Leben geben. Und der Traum vom Geldverdienen lässt sich noch lange verwirklichen. Ja, der Traum im schönen Deutschland, auf der schönen Erde, der ist ausgeträumt, zumindest der des Car- und Rollersherings. Alles ist nicht so gelaufen, wie man es sich gedacht hat. Die guten alten Werte, die jahrzehntelang Gültigkeit hatten, die werden wohl noch immer Bestand haben. Und mit vielen neuen geht man halt aufs Glatteis und fällt ordentlich auf den Hintern. Auf den Allerwertesten gefallen zu sein, scheinen auch unsere Experten. Denn sie müssen sich immer neue Dinge ausdenken, um den Leuten den Klimawandel ja schmackhaft zu machen. Jetzt sind es die Zecken, die sich vermehren. Wir wissen auch alle schon seit langem, dass in trockenen Sommern die Gefahr von Zecken sehr groß ist. Und wir uns da nicht so unbekümmert tummeln sollten. Das gilt auch weiterhin, selbst wenn es mehr Zecken gibt als im Vorjahr. Annalena Baerbock ist auch nicht auf der Höhe der Zeit. Sie versucht es zwar immer wieder, aber es scheint ihr nicht zu gelingen. Jetzt versucht sie uns zu erklären, warum sie eine 137.000 teure Visagistin braucht im Jahr. Wir nehmen an, sie hat Angst davor, dass sie nach Italien eingeladen wird. Ins Dorf der Hässlichkeit, zum Festival der Hässlichkeit, wo der hässlichste Mensch gewählt wird. Da möchte sie nicht hin und darum kostet das auch etwas. Zwischenzeitlich fliegt sie nach China und versucht einer Weltmacht zu erklären, was sie zu tun hat. Und wundert sie sich, dass die Machthaber dort oder die Regierungschef, wie auch immer, jeder kann das sehen, wie er will, dass die Leute, die dort verantwortlich sind, unsere Außenminister als einen Vertreter von einer No-Name-Nation betrachten und sich keine Einmischung wünschen, obwohl einige Medien schreiben, dass China ganz schön die Hose voll hatte, weil Annalena da war und ihnen was vorgeschnattert hat. Tja, und dann geschieht etwas Wundersames. Die Medien können auch Sarkasmus und Ironie heizen mit Habeck. Hört sich schön an, gefiel uns. Deswegen haben wir das aufgegriffen. Wenn es keine Satire war und keine Ironie, dann war es vielleicht die Wahrheit, weil die Medien sagen ja immer die Wahrheit. Und wenn das dann Heizen mit Habeck gibt, dann können wir uns nur vorstellen, dass er als Kinderbuchautor eine neue Märchenstunde im öffentlich-rechtlichen Rundfunk übernehmen wird und vielleicht die Sendung mit der Maus durch die Sendung mit Robert ersetzt wird. In jedem Fall ist Robert Habeck ein sehr wichtiger Mann in Deutschland, genauso wichtig wie seine grüne Kollegin. Wir sind begeistert. Wir finden, es läuft alles prächtig. Für uns gilt weiterhin, Leute Augen und Ohren auflassen und euch kein X-Fern-U vormachen lassen. Bitte geht hinaus weiterhin, bleibt standhaft, aber friedlich. Sie versuchen weiterhin, uns zu provozieren. Wir lassen uns nicht provozieren. Wir versuchen es in Ruhe und Gelassenheit, solange wie es irgend geht. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss und ciao.